So, was Neues, und zwar von Firework Specials, die Desert At Night, 16 Schuss, nö, da steht nix, da steht auch nix, da steht auch nix, warte mal, hallo, steht da drin, nein, das sieht toll toll aus, ne egal, mischt ihr mich zu erinnern, 200 Gramm müsst ihr hier haben, also 280 oder 200 Gramm, äh, fügst einfach ein in die hier, oder? Ja, ich werde es einfach einsprechen, weißt du, dann wissen die Leute das, ach so, so übertünchend, ne, nicht, 718 Gramm, ja, fang mal an, oder, ja, und, ach schon, Schöne 4er Endzeige, ne? Ja, 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 ansonsten Standard, ne, guck mal was der Preis sagt, ich glaube, der war relativ günstig, so 6, 7 Euro, das passt schon, ja. So,